In unserem Leben gibt es immer wieder bestimmte Zeitabschnitte, in denen besondere Dinge passieren. Besondere Entwicklungen, bestimmte Entwicklungsfortschritte. Aber grundsätzlich ist darin wichtig, dass wir lernen, Gott zu vertrauen in diesen Lebensabschnitten, in diesen Entwicklungen, in diesen Dingen, durch die wir durchgehen. Er möchte, dass wir lernen, ihm zu vertrauen und einfach mit ihm durch diese Dinge durchzugehen. Das ist uns Menschen nicht grundsätzlich so nahe, dass wir in Geduld darin abwarten und uns in Geduld entwickeln wollen. Ein kleines Kind kann es kaum erwarten, in den Kindergarten zu kommen. Das Kindergartenkind möchte sofort in die Schule kommen. Der Schüler möchte sofort die Schulzeit beendet haben und am liebsten schon mit zwölf oder dreizehn den Führerschein machen. Und doch ist es wichtig, dass diese Zeitabschnitte abgewartet werden. Gott möchte, dass wir Geduld haben in der Zeit des Wachstums. Es gibt Zeit, wo Wachstum in unserem Leben passiert. Und wir sollen darin Vertrauen haben, dass Gott es gut macht. Mir fiel dazu eine kleine Geschichte ein, die wir mit unserem Sohn erlebt haben, als er noch klein war. Er war etwa viereinhalb Jahre alt und er hatte mit seinen Schwestern große Freude daran, im Garten zu pflanzen und Erde umzugraben und Samen einzusehen und Blumen zu ernten und alle möglichen Sachen zu ernten. Eines Tages besuchte uns sein Großvater und er brachte einen Eimer mit Kartoffeln mit, die schon Triebe hatten, die also einpflanzbereit waren. Und der Großvater erklärte dem Enkel, wir müssen Löcher graben und dann müssen wir die Kartoffeln reinpflanzen und dann wird aus diesen Kartoffeln ganz viele andere neue Kartoffeln wachsen. Die beiden machten sich auf den Weg, sie pflanzten die Kartoffeln ein. Dann ging mein Sohn am Nachmittag spielen, die Nacht über passierte ja auch nicht viel und am nächsten Morgen, als ich mitten im Arbeiten war, steht mein Sohn weinend vor mir mit dem Eimerchen, in dem die Kartoffeln drin waren. Ich sagte, was ist passiert? Und er erzählte unter Tränen, dass das ja gar nicht stimmt. Es waren ja noch gar nicht ganz viele Kartoffeln gewachsen. Die Kartoffeln sahen aus wie gestern, als er sie mit dem Opa eingepflanzt hatte. Ich erklärte ihm, dass das so nicht geht, sondern dass man warten muss, dass es eine Zeit des Wachstums gibt, dass Sonne kommen muss, dass Regen kommen muss, dass eine bestimmte Zeit rumgehen muss, bevor Neues dazukommt. So pflanzten die beiden wieder die Kartoffeln ein. Es dauerte zwei, drei Tage, stand mein kleiner Sohn wieder da. Und wieder sagte er, Mama, die Kartoffeln sind immer noch nicht gewachsen. Wir haben es ihm wieder erklärt, weil der Zeitablauf für diesen kleinen Jungen so unendlich lang ihm vorkam, dass er nicht daran glauben konnte, dass in dieser Zeit tatsächlich etwas passiert. Und ich dachte, so empfinden wir das ja auch oft. Wir denken in den Dingen, in denen wir stehen, in den Abschnitten, die uns einfach jetzt im Leben verordnet sind. Passiert nichts. Gott hat mich nicht richtig da auf die Spur gebracht. Er hat mich vielleicht sogar vergessen. Er unternimmt ja gar nichts. Nichts passiert. Und dennoch geht es darum, dass du lernst, dein ganzes Vertrauen in Gott zu setzen. Dass er in dieser Zeit, durch die du jetzt gehst, dass er das Beste aus dieser Zeit machen wird. Damit du in den nächsten Schritt kommen kannst. Damit du eine große Ernte haben kannst. Du sollst nicht am nächsten Tag schon hingehen und sagen, nichts ist passiert, alles ist wie vorher. Sondern geh durch die Zeit durch. Bleib dran. Und sei gewiss, es passiert Wachstum. Es geschieht etwas, weil Gott dein Leben in der Hand hat. Und er wird dir eine Ernte schenken. Er will nicht, dass du eine kleine, geringe Ernte hast. Sondern er will, dass du eine hundertfältige Frucht hast in deinem Leben. Das Ganze ist mit ganz großem Vertrauen in Gottes Handeln verbunden. Und ich habe einen Vers dazu gefunden aus Hebräer 10. Den möchte ich dir vorlesen. Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg. Was auch immer geschieht. Sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Das ist eine Übersetzung aus Neues Leben, die uns das etwas anschaulich macht. Dass es darum geht, Vertrauen in Gott zu haben. Und ich weiß, Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!